Was geht YouTube Technics ist hier, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, willkommen zu meinem Ranking der WrestleMania 40 Match Card. Wir haben hier eine ganze Menge coole Matches auf der Liste, aber ich versuche das Ganze heute zu unterteilen, denn ich finde ein paar Matches wurden sehr gut erzählt, ein paar sind mir leider zu kurz gekommen und andere sind wiederum irgendwie, ja, ich sag mal schwierig, wenn ich das so nennen kann. Das Ganze ist natürlich jetzt nicht einfach nur, ich gucke mir, wer ist im Match an und dann bewerte ich das demnach, sondern ich werde dementsprechend natürlich auch den Aufbau des Matches oder die Storyline dahinter mir ein bisschen angucken. Ich möchte wissen, was kann man damit erzählen, was wurde damit erzählt und dementsprechend werde ich das auf jeden Fall in die Richtung bewerten. Deswegen, ich habe auf jeden Fall ein Ranking erstellt mit Main Event, was ganz klar für mich auf jeden Fall Main Event Potenzial hat, das heißt jetzt nicht die beiden Main Events werde ich da reinpacken, sondern wenn es für mich sogar noch besser vielleicht gewesen wäre und vielleicht in den Main Event Spot reingepasst hätte, dann oder bei irgendeiner WrestleMania ein Main Event hätte sein können, dann kommt die da rein. Dann haben wir die Showstealer, das sind meistens Matches, die man vielleicht gar nicht so auf der Match Card als wirklich gute Matches betrachtet oder als Überraschung eher dann im Nachhinein betitelt. Dann die Opener, für mich Opener auf jeden Fall auch etwas, was Rang und Namen haben sollte, denn das ist der Start von WrestleMania, das soll gut anheizen, das ist natürlich nicht immer der Höhepunkt so, wo das Ganze enden soll, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man nicht missachten sollte. Ich finde aber der Showstealer, ich war mir unsicher, ob ich Opener oder Showstealer auf zwei oder drei setze, aber ich finde Showstealer ist nochmal so ein bisschen mehr, weil es über diesen Überraschungsfaktor kommt und nicht wie der Opener so klar, das ist jetzt etwas, was liefern muss. Dann haben wir ganz normale Mid-Card-Matches, was man machen kann, was mehr oder weniger okay ist, vielleicht als gute Überbrückung zwischen einem sehr aufwendigen Match, wie einem Hell in a Cell oder Letter Match, so ein bisschen zum Abkühlen runterkommen kann und wir haben die Kick-Off-Show im Sinne von, ja, also wenn man es macht, dann packt sie wenigstens in die Kick-Off-Show, dass das jetzt vielleicht nicht so viel Gewicht auf der Maniac-Card hat. Da werden jetzt, sage ich schon mal, von vornherein nicht so viele Matches landen, aber ich habe es trotzdem mit reingenommen, weil eins auf jeden Fall da hinkommen muss. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ihr könnt ja gerne mal euer eigenes Ranking mit dieser Aufteilung in den Kommentaren machen. Es sind ja 13 Matches, die aktuell announced sind. Ich nehme das hier natürlich auf, bevor ich nach Amerika geflogen bin. Dementsprechend, falls da irgendwie bei SmackDown noch was passiert, tut es mir sehr, sehr leid, aber ich habe jetzt erstmal die 13 Matches genommen, die bis dato nach Raw praktisch auf der Match-Card sind. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Ich nehme mir einfach wild hier irgendwas raus. Erwartet jetzt hier keine Struktur. Ich würde einfach mit Rhea Ripley gegen Becky Lynch starten und für mich ist das ein solides Opener-Match. Ich habe jetzt hier vom Aufbau her, es ist okay. Man hat auf jeden Fall gemerkt, die beiden möchte man erstmal auseinanderhalten beziehungsweise man möchte mit denen nicht so viel Konfrontation eingehen im vergangenen Jahr und dass man dann mit dem Aufbau ab ungefähr, gefühlt Day 1 mit Raw am 01.01., dass man da den Story-Aufbau oder die Entwicklung von Becky Lynch angeben möchte. Sie hatte ein sehr gutes 2023 meiner Meinung nach, was Richtung Ende 2023 etwas abgeflacht ist und genau aus diesem Mini-Tief, so würde ich es mal betiteln, hat man versucht zu erzählen, dass sie sich charakterlich weiterentwickelt. Sie hatte die Niederlage gegen Nia Jax an Day 1. Sie hatte dann wiederum irgendwann das Rückmatch gegen sie, zumal auch noch zusätzlich dieses Last-Woman-Standing-Match, was sie gewonnen hat. Und man hat auf jeden Fall versucht zu erklären, dass sie sich selber findet, dass sie in so einer Selbstfindungsphase ist und dass sie hoffentlich jetzt vor Mania praktisch dort angekommen ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist das große Problem, dass Rhea Ripley einfach unglaublich beliebt ist und dass sie selbst als Heal-Rolle, die sie nicht aufgedrängt bekommt, das klingt so negativ behaftet, aber dass sie auf jeden Fall in einer Rolle ist, die ihr eigentlich vom Fan oder vom Beliebtheitsgrad, den sie bei den Fans hat, nicht so wirklich steht. Deswegen ist es ja irgendwie so diese Tweener-Rolle zwischen Gut und Böse. Das Problem ist hier, dass Becky Lynch halt einfach davon nicht profitiert, sondern eher dann halt darunter leidet. Und ich persönlich finde, dass gefühlt sogar die Rolle Rhea Ripley gegen Charlotte letztes Jahr gefühlt besser war, weil Charlotte hier nicht als Babyface reinging. Sie ist auch nicht der Ultra-Heal, sie ist auch irgendwas so in der Mitte. Und das funktioniert etwas besser. Wenn du dann ein Heal wie zum Beispiel bei Elimination Chamber mit Naya Jax gegenüber von Rhea Ripley stellst, das hat irgendwie meiner Meinung nach mehr gefruchtet, weil man hier ganz klar für eine Person chantet. Dass das jetzt schlecht ist, sage ich jetzt nicht. Oder dass das gut ist, ist es auch hier so ein Mittelding. Ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, dass man viele Fans hat, die für Becky sind, viele Fans aber auch für Rhea Ripley, das könnte ein sehr, sehr cooles Publikumsding sein. Ich glaube, beide sind sehr, sehr beliebt. Und ich glaube halt einfach nur, dass das vom Story-Aufbau oder von... Also, dass es einen besseren Gegner hätte geben können für Becky. Aber das ist natürlich auch der erste wirklich starke Gegner für Rhea Ripley in dieser... Muss man leider schon sagen, in diesem Jahr, wo sie jetzt Titelträger ist. Deswegen für mich auf jeden Fall wichtig, dass sie jetzt mal jemand Vernünftiges vor die Nase gesetzt bekommt. Es ist halt einfach vom Story-Aufbau, wenn ich so ehrlich sein soll, nicht unbedingt die Creme de la Creme. Aber das ist okay, ich nehme es mit. Ähm, es ist ein guter Opener meiner Meinung nach. Dann haben wir Seth freaking Rollins gegen Drew McIntyre. Und ich bin ehrlich, hätten wir nicht dieses Tag-Team-Match an Night One, dann wäre das für mich das Main Event von Night One gewesen oder geworden. Ähm, wir haben auch hier eigentlich die Storyline ganz klar gesehen zwischen Seth Rollins und CM Punk. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die WWE ursprünglich tatsächlich diesen Triple Threat Weg irgendwo gehen wollte. Dass ein Drew sich mit in dieses Storyline irgendwie reinnimmt. Ähm, aber jetzt haben wir halt Creme Punk mit der Verletzung natürlich nicht drin. Er ist aber am Kommentatorenpult, was auch nochmal hier irgendwie mit reingenommen werden sollte. Ich finde, Drew gegen Seth ist ein extrem gutes Match. Wir haben das schon häufiger gesehen. Ich glaube aber mit der Pause, die Seth aufgrund der Verletzung hatte, dass das dem Titel auch irgendwie ganz gut kam. Denn es sollte der Titel sein, der viel vertreten werden sollte, beziehungsweise das ist ein Titel, der viel umkämpft werden sollte. Es hatte aber irgendwann den Charme davon, von wegen, ja, er geht gegen jeden vor. Ob es ein Jinder Mahal ist, ob es ein Drew zum sechsten Mal ist oder so gefühlt. Ähm, und dass das dann irgendwann auf jeden Fall die Qualität des Matches irgendwann dann verloren gegangen ist. Und dass man irgendwie mehr auf Quantität gesetzt hat, was meiner Meinung nach im Wrestling eher ein Fehler ist. Und deswegen sollte dieser Titel meiner Meinung nach mit dieser Ruhe, die er bekommen hat, und, äh, Seth, die Ruhe, die er bekommen hat, jetzt auf jeden Fall einen Vorteil daraus ziehen. Und ich denke, dass das Match sehr ansehnlich wird. Und zumal muss ich sagen, dass Drew McIntyre einfach für mich aktuell einer der Characters ist. Der hat eine Charakterentwicklung hingelegt, die, da kann man nur den Hut vorziehen. Ich liebe alles da dran. Und gerade die Raw-Ausgabe, wo die beiden, aber auch CM Punk dann im Ring war, Drew dann eher am Kommentatorenpult. Ähm, das war zum Genießen, das war einfach die Creme de la Creme des Abends, wenn man dann das Raw-Ding, äh, das Rock-Ding ein bisschen, ähm, außen vor lässt. Ich fand, das war unglaublich gut. Und mir persönlich gibt dieses Match sogar noch Hoffnung, dass das weitergeführt wird. Dass wir einen Seth gegen einen Drew und gegen einen CM Punk, so eine Art Triple Threat, oder im Dreikampf Richtung Summerslam oder so sehen. Oder einfach die nächsten Monate bitte noch mehr zeigen, weil ich freue mich sehr da drauf und ich glaube, dass ein CM Punk hier das Ganze nochmal matchtechnisch auch nochmal aufwürzen würde. Ähm, ich persönlich bin aber sehr zufrieden mit dem, was mir da erzählt wurde. Bei dem Match Bayley gegen Io bin ich so ein bisschen im Zwiespalt. Ich möchte das Match eigentlich gar nicht zu schlecht bewerten im Sinne von Midcard, weil das wäre mir ein bisschen zu negativ. Aber ich will es auch nicht zu hoch setzen, weil sie hat den Royal Rumble gewonnen. Sie ist für mich, ähm, auch die, die Charakter, oder nicht die, nicht die Story an sich ist schlecht, weil das ist gefühlt eine der Storys, die am längsten erzählt wurde mit Damage Control. Und dieser innere Disput, dass man gemerkt hat, Bayley wird immer und immer unbeliebter, wird immer mehr aus der Gruppe raus, nicht gemobbt, aber gedrängt so in die Richtung. Und irgendwann kam der Twist, wo Bayley gemerkt hat, hier stimmt was nicht. Und da hat sie dann auch ein bisschen Wert drauf gelegt oder drauf geachtet und dann kam der Twist bei Smackdown, wo sie sie ganz klar konfrontiert haben. Damage Control checkt, sie weiß es und attackiert sie und ab da war der Twist und der Ausstieg von Bayley bei Damage Controls klar, beziehungsweise safe. Ähm, das war auch ein Match, was gefühlt am längsten hätte man predikten können. Ähm, aber es war irgendwie so, die Story war mir noch nicht ganz klar, wie werden sie da rangehen. Und man hat Bayley dann praktisch sogar noch irgendwie in dieser Gruppierung noch den Rumble-Sieg geschenkt. Und das fand ich teilweise schon ein bisschen schade, war aber vielleicht auch ganz wichtig, um zu zeigen oder nicht, um offensichtlich klarzustellen, wer gewinnt den Rumble. Ich finde, man hätte es trotzdem machen können im Sinne von Bayley, ähm, hat vorher den Disput und kündigt dann an, ey, ich werde mich bei dir rächen und ich werde mir meinen Weg Richtung Io praktisch selber erkämpfen. Und dann hätte man praktisch auch hier erzählen können, sie gewinnt den Rumble und zeigt dann Richtung Io oder attackiert dann Io oder sagt einfach, sie möchte gegen Io kämpfen. Ähm, aber ich fand das jetzt auch nicht schlecht, wie sie es so gemacht haben. Mein großes Problem damit ist, ist so ein bisschen die Phase jetzt im März und im Februar gewesen, wo einfach Bayley und Io dieses Match zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat oder einfach meiner Meinung nach zu schlecht weitererzählt wurde. Wir haben einen Rumble-Sieger mit Cody, der natürlich gerade durch The Rock sehr krass profitiert, aber wir haben das letztes Jahr schon gehabt und ich finde, dass sie dieses Jahr es perfekt erzählen. Schon mal ein kleiner Story, äh, oder Spoiler für später. Ähm, wir aber jetzt einfach ein Match haben mit Io und Bayley, was einfach meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, weil sie einfach viel mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Und das ist so ein bisschen das, was mich so stört an diesem Match und deswegen habe ich hier Io und Bayley erstmal in den Opener-Spot reingepackt. Ich kann aber verstehen, wenn man es ein bisschen höher ansetzt, zu tief würde ich es aber jetzt nicht bewerten, weil das wäre auch nicht fair den beiden gegenüber. Dann würde ich einfach, ja komm, wir machen das Tag-Team-Match, meinetwegen, ähm, ich packe das hier als Showstealer rein und nicht als Main-Event, obwohl... Mach ich es als Showstealer-Main-Event? Ja, komm, ich packe es auch auf Main-Event. Ich finde, dass beide, gerade, also wenn ich The Rock außen vornehme und The Rock wäre jetzt nicht drin, sondern Solo, dann würde ich es in den Showstealer reinpacken durch The Rock. Du kannst es nicht nicht ins Main-Event packen, so und, ähm, der Story-Aufbau hier ist auch sehr, sehr gut. Das größte Problem, was ich habe hiermit ist, dass die eine Seite so unglaublich stark wirkt, so unglaublich selbstbewusst und die andere Seite irgendwie zu wenig Kontra gegeben hat. Und ich finde, dass Roman und The Rock die Geschichte hier, ähm, auf der starken Seite haben und Seth und Cody, da habe ich mir einfach ein bisschen mehr Kontra gewünscht. Es sind zwar ein paar Worte gefallen, ein paar Beleidigungen, aber das ist nicht das, warum ich Wrestling gucke, so im Sinne von, dass die sich einfach ein paar Sachen an den Kopf werfen, sondern irgendwann Richtung WrestleMania-Aufbau will ich auch Kontra sehen und ich will auch den Gegenangriff sehen. Das haben wir in leichter Art und Weise gefühlt bei Raw jetzt diese Woche gehabt, aber das war mir ein Ticken zu wenig seitens Cody. Ein Ticken zu wenig seitens Seth Rollins, denn man hat ganz schnell gemerkt, die andere Seite ist deutlich stärker. Und vielleicht ist jetzt hier bei SmackDown, ähm, am Freitag tatsächlich noch was, wo etwas kommen wird, aber ich habe mir da ein bisschen mehr gewünscht. Dennoch mag ich den Gedanken, den sie gefahren sind, ähm, sie haben hier The Rock mit reingebracht. Ich weiß nicht genau, oder man weiß es natürlich nicht hundertprozentig, ob dann von Anfang an der Plan auch diese Richtung hätte nehmen sollen, oder ob sie wirklich dann The Rock gegen Roman stellen wollten und dadurch, dass dann der Heat oder die Zuschauer so laut wurden und Cody gefordert haben, dass man ihnen dann doch dann diesen Spot gegeben hat und stattdessen in eine 2-gegen-2-Rolle geht. Aber von Press Conference, also WrestleMania Press Conference, oder diese Kick-Off Press Conference, wie man diese nennen möchte, ähm, bis zu den ganzen Segmenten mit The Rock. The Rock macht das Ganze hier natürlich deutlich interessanter, deutlich geiler. Und dass wir die Chance nochmal bekommen, The Rock in dieser Rolle zu sehen und dass er der WWE so viel Aufmerksamkeit auch außerhalb der Shows gibt, im Sinne von Social Media und, 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 das finde ich einfach sehr, sehr gut. Und, naja, wir haben hier die größten Baby-Phases gegen die größten Heels in der WWE aktuell, abseits von, sag ich mal, Drew, CM Punk. Ähm, das ist ein Mega-Match, das ist das größte Tag-Team-Match, was wir gefühlt bei Mania jemals hatten, so wird es ja auch betitelt. Und deswegen garantiert auf jeden Fall, je mehr ich darüber rede, desto mehr ist es auf jeden Fall Main Event. Und darüber hinaus reden wir natürlich auch über Roman gegen Cody, was leider, obwohl, ich bin ganz ehrlich, ich kann es irgendwie nicht auf einer Stufe setzen. Ich nehme es als Showstealer, ich bin so frech. Ich bin so frech, denn ich muss ganz klar sagen, wenn man The Rock aus dieser Geschichte rausschreibt, nicht mal wirklich Seth, sondern wirklich nur The Rock aus dieser Geschichte rausschreibt, dann ist das meiner Meinung nach zu wenig. Zu wenig, es ist das Rematch vom Jahr davor, Cody hat wieder den Rumble gewonnen, hat wieder Roman herausgefordert. Dann gab es erst diese Ankündigung, ich mache es nicht bei Mania, dann wiederum doch. Und jetzt ist da irgendwie halt dieser Spoon mit The Rock reingekommen. Und wenn man wirklich die Auseinandersetzung zwischen Roman Reigns und Cody Rhodes miterzählt, dann sagt der eine, du bist dumm und der andere sagt, ich werde dir alles nehmen. Aber so richtig gezeigt haben sie eigentlich nichts. Und das finde ich, also nicht nichts, aber zu wenig. Und das finde ich halt leider nicht gut. Dennoch muss man klar sagen, je nach Ausgang kann das hier der absolute Moment von WrestleMania werden. Das kann hier Gänsehautmomente kreieren, das kann Comebacks, Spots liefern, die in Erinnerung bleiben, gefühlt ewig in Erinnerung bleiben. Das wird ein Match, was uns wahrscheinlich ewig in Erinnerung bleibt. Und sie werden hier einen Mania-Moment kreieren, der auf jeden Fall einzigartig wird. Das glaube ich schon und das trotz diesem Rückkampf vom letzten Jahr. Ich hoffe natürlich sehr, dass Cody das Ding hier holt. Es kann aber auch einiges passieren. Mal schauen, welche Richtung sie fahren werden. Aber für mich auf jeden Fall leider für das Rematch, was sie gemacht haben, haben die beiden Kontrahenten in diesem Match zu wenig gezeigt, ob es dann auf einem Niveau mit Seth Rollins und Drew zu packen oder halt mit dem Tag Team Match an Night 1. Was ich sehr schade finde, aber wie gesagt, es wird ein Showstealer-Match und deswegen glaube ich, dass das auf jeden Fall an Night 2 sehr, sehr genial wird. Dann haben wir Jimmy gegen Jay. Und ich bin hier ein bisschen, ich glaube, enttäuscht von der Aufstellung oder von der Storyline, die sie erzählt haben. Denn für mich war es zu wenig. Wir haben natürlich einen Jimmy, der eine Art eifersüchtig irgendwie ist auf Jay. Wir haben einen Jimmy, der sauer auf Jay ist. Wir haben aber auch einen Jay, der einen Jimmy vermisst und irgendwie nicht damit klarkommt, dass Jimmy weiterhin in der Bloodline ist. Jimmy hat dafür gesorgt, dass Jay die Tag Team Titel verliert, dass er das Match gegen Roman bei Saudi, oder in Saudi Arabien verliert gegen Roman, dieses Titel Match, wo er ihnen dann am Ende doch noch die Füße weggezogen hat. Wir hatten Jimmy, oder Jay war irgendwann so, so frustriert sogar teilweise, dass er sogar die WWE gequittet ist für eine kurze Zeit. Ich habe mir ein bisschen länger gewünscht, aber so lange kann man es vielleicht nicht erzählen. Und wir hatten gefühlt eine richtig starke Konfrontation im Ring, wo sie sich was an den Kopf geworfen haben, wo sie auch gefühlt ihre Emotionen freien Lauf gelassen haben. Und auch dem Gegner gegenüber oder ihrem Bruder, ihrem Zwillingsbruder erzählt haben, warum sie diese Intention haben, warum sie so sauer oder was ihre Gefühlslage gerade gegenüber ist. Und der eine, wie gesagt, hat gesagt, ich vermisse dich so, hey, ne, und der andere sagt, hey, deine Momente, die du kreiert hast, deine Erfolge, deine größten Erfolge, die hast du eigentlich mir zu verdanken. Und ich habe schon mal gesagt, für mich ist das so ein Ding, wenn Geschwister sich hassen, dann muss man sich alles an den Kopf werfen und erst danach kann man sich wirklich wieder liebhaben. Und das ist so eine Storyline, die ich so erwarte. Ich kann mir vorstellen, dass Rikishi hier irgendwo noch mit von der Rolle oder mit von der Partie ist. Ich glaube, dass Solo hier auf jeden Fall als Unterstützung für Jimmy rauskommen wird. So hast du an Night One einen Spot für Solo, natürlich auch durch das Main Event und an Night One, an Night Two. Aber ich glaube, Solo wird hier auch im Auftrag von The Tribal Chief Jimmy Unterstützung geben. Ich hoffe, dass es so eine Art Bekehrung wird, das heißt, dass Jay das Ding holen kann und dass Jay aber trotzdem, dass sie sich danach umarmen und dass so ein bisschen das Disput zwischen den beiden niedergelegt wird. Was wiederum ein gutes Zeichen dafür wäre, dass wenn Jimmy und Jay dann wieder in Night One oder Night Two Main Event auftaucht, dass wir hier praktisch dann eine Möglichkeit haben, dass Jimmy nicht so stark eingreift oder zumindest irgendwie die Waffen niederlegt. Wenn man das so mit Bildern besprechen möchte oder betiteln möchte, dass man ihnen so ein bisschen den Druck davon nimmt und ihn vielleicht sogar ein wenig von Roman wegzieht. Aber ansonsten, finde ich, hat dieses Match einfach viel mehr Storyaufbau verdient. Es ist für mich irgendwie so ein Match, was es hätte ein geiles Opener Match werden können. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch ein Opener wird, weil es ist, glaube ich, an der gleichen Nacht wie das Letter Match. Ich finde es schade. Ich finde es wirklich schade, so wie das Ganze erzählt wurde. Das hat einen Impact auf die Mania Card bzw. es hat einen Impact auf die Storyline zwischen Cody und Roman und alles drum und dran. Aber so richtig gut erzählt ist es leider nicht. Dann haben wir LA Knight gegen AJ Styles. Und ich bin erstmal froh, dass LA Knight seinen Kampf kriegt, weil letztes Jahr haben wir einen Spot oder einen Moment von LA Knight bei WrestleMania 39 in LA auf jeden Fall erhofft, erwartet und wir sind enttäuscht worden. Und dementsprechend bin ich einfach sehr, sehr froh, dass er sein Match hier bekommt. Es ist nicht das erwartete Match gegen Logan Paul um den US-Title. Es ist aber ein sehr, sehr guter Storyaufbau gegen ihn von AJ Styles. Das hat angefangen, als AJ Styles wiederkam, es dann in dieses 3 gegen 3 mäßige ging im Sinne von Orton, AJ Styles und LA Knight gegen die Bloodline. Daraus wiederum ist sehr, sehr schnell was entstanden in einer Art Triple Threat, was darum wieder in ein Fatal Fowboy beim Rumble entschieden wurde. Und dann ging das Ganze in diese Einzelfede zwischen LA Knight und AJ Styles. Und ich finde, von Anfang an war das gut erzählt. Ich mag das sogar, dass es so ein bisschen Oldschool-Vibes mitgibt im Sinne von Home Invasion, im Sinne von ich verstecke mich irgendwie als Security und greife dann an. Dieses Ganze, ich jag dich mit einem Stuhl, ich zertrete einen Fernseher und die Promos von LA Knight sind natürlich auch sehr, sehr genial. Ja, AJ Styles ist ein geiler Wrestler, ist ein guter Charakter, ist auf jeden Fall ein gefestigter Charakter in der WWE, wo oder welchen du als Sprungbrett deiner Karriere nutzen kannst, wenn du gegen ihn ein Match hast. Und vor allen Dingen, wenn du ihn gegen ihn gewinnen kannst. Und ich denke, dass ein LA Knight das Ding hier souverän mit nach Hause nehmen wird. Ich glaube, das Match wird, wie gesagt, ein Showstealer. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig gutes Match. Ich hoffe irgendwie noch auf eine Stipulation, aber muss auch nicht unbedingt sein. Deswegen, also ich finde, ich finde das Ding einfach gut so. Es ist ein rundum sehr sauberes Ding, was in den letzten Wochen immer mehr Aufbau bekommen hat. Und das ist so diese Kurve, die es nehmen sollte Richtung Mania. Und das ist hier eigentlich sehr gut gelungen. Dann haben wir das Ladder-Match. Und ich habe zwar gesagt, das ist das Opener-Ding wahrscheinlich für Night One. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ist das Ding einfach ein Showstealer. Du hast ein Ladder-Match mit sechs Tag-Teams und das alleine, wie dieses Ding aufgezogen wurde. Von wegen, hey, Nick Elders und Adam Pearce haben sich zusammengesetzt und gesagt, pass auf. Wir haben so viele gute Tag-Teams und das hat man schon lange nicht mehr in der WWE gehabt. Wir können nicht einfach nur ein Tag-Team bestimmen oder sogar ein Tag-Team aus jeder Show bestimmen, die dann eine Chance auf diesen Titel haben. Deswegen, lass uns ein Turnier machen und ein Six-Pack-Ladder-Tag-Team-Match draus machen. Das ist genial. Das zeigt einfach, was die Tag-Team-Division in der WWE für eine Entwicklung in den letzten Jahren genommen hat. Vor allen Dingen in den letzten halben, dreiviertel Jahren. Und ich finde das sehr, sehr gut. DIY wirkt wieder stark. New Cat Republic wirkt stark. Wir haben Austin Theory und Grayson Waller, die jetzt nicht unbedingt mega stark wirken, aber zumindest funktionieren. Wir haben New Day, die allgegenwärtig immer noch ein sehr beliebtes Tag-Team in Amerika sind. Und Awesome Truth, was ein Reunion gefühlt ist. Und ja, Art Truth ist natürlich sowieso super, super beliebt. Und wir haben hier vor allen Dingen eine Stipulation drin, die sehr viel Hoffnung birgt. Denn in der letzten Raw-Ausgabe hat Michael Cole so in der Art gesagt, wenn zwei Titel runtergenommen werden, heißt im Sinne von, man nimmt die beiden Gürtel von Raw runter, aber die Smackdown-Gürtel hängen noch, dann geht das Match weiter. Und das ist so für mich die Hoffnung, dass die Tag-Team-Gürtel gesplittet werden. Das heißt für mich nicht, dass Judgment Day beide Gürtel verliert, aber ich bin fest davon überzeugt, dass auf jeden Fall zwei Gewinne aus diesem Match gehen werden. Und ja, das ist so ein Moment, den natürlich gerade mit einem Awesome Truth oder generell Art Truth erzählt werden kann, weil er halt so verpeilt ist. Und dass wir dann hier auf der einen Seite Gürtelträger haben und dann das Match weitergeht. Ich feiere das Ding so. Ich finde, das hat sehr viel Hoffnung. Ich glaube, das wird ein sehr lustiges Match. Es wird aber auch ein, zwei Momente geben, wo wir sagen, heilige Maria Gottes. Das Einzige, wo ich gesagt hätte, das fehlt in diesem Match, ist so ein High-Flyer-OMG-Spot-Match wie Ricochet. Das hätte ich mir gewünscht. Oder so ein Big Guy nochmal irgendwie. Aber das finde ich jetzt wirklich so, das ist so Meckern auf hohem Niveau. Ich finde, das ist ein richtig geiles Match und ich freue mich extrem darauf. Dann gehen wir zu Santos Escobar und Dirty Dominic Mysterio gegen Dragon Lee und Rey Mysterio. Und das Problem, was ich hier drin habe, ist, dass der Aufbau für ein LWO gegen Legado del Phantasma LDF-Match irgendwie gefühlt die ganze Zeit im Raum stand. Und jetzt hast du einfach nur ein Tag-Team bekommen, obwohl du mit Elektro Lopez und Selina Vega auch sehr viel Heat aufgebaut hast, eine gute Fede aufgebaut hast und du das auch hier erzählen kannst. Das heißt, wenn Rey Mysterio Selina Vega attackt, dann muss halt Elektro Lopez auch reinkommen. Also Santos muss dann praktisch Elektro Lopez reinlassen. Das hättest du super erzählen können in so einem Multi-Tag-Team-Match im Sinne von 4 gegen 4, vielleicht sogar 5 gegen 5. Und dass du Dirty Dom jetzt hier in diese Story mit rein wirst, gefühlt 2 Wochen vor WrestleMania, das ist für mich eine Kurzschlussreaktion. Das ist für mich leider zu wenig und zu schlecht erzählt. Klar, Rey gegen Dom kannst du jedes Mal irgendwie erzählen. Und dass Rey dann als, ich sag mal, upcoming Star Dragon Lee hier reinnimmt und ihm die Show bietet gegen einen Dirty Dom und Santos, die beide Heal sind, das ist aber für mich einfach schade. So muss ich ganz klar sagen und ich finde es auch schade, dass ein Andrade dann hier nicht irgendwie noch Platz findet. Ich glaube, dass das Ganze genutzt wird, um Kalito Heal zu turnen, weil Kalito genau den gleichen Swap bekommt. Warum Santos sich von Rey abgewendet hat im Sinne von Kalito ist so ein bisschen immer, er macht sehr, sehr viel, er bietet sehr, sehr viel, aber er bekommt halt wenig, beziehungsweise warum Rey jetzt einen Dragon Lee statt einen Kalito nimmt, das könnte aus Kalitos Sicht ein bisschen frech oder undankbar wirken. Und deswegen wird es wahrscheinlich in diese Richtung irgendwie gehen. Dominik, dass der halt auf die Maniacard gehört, ist uns allen bewusst. Auf der anderen Seite finde ich halt den Aufbau, den man hätte mit ihm nutzen oder die Story, die man hätte mit ihm bauen können, hätte bei vielem sehr viel mehr Sinn ergeben als das. Und ich finde es irgendwie underwhelming, dass das so geendet ist. Und dann kommen wir zu Orton, Owens und L.A. Knight, Logan Paul, sorry, falsche Richtung, für den US-Title. Und ich muss sagen, dass hier wird ein Showstealer. Da bin ich fest von überzeugt. Wir haben einen so frischen Randy Orton. Ja, dieses Backselling und sowas, alles ist ja schön und gut. Aber ich finde, er wirkt einfach so glücklich. Er wirkt so befreit. Er wirkt einfach so, als wenn er in der Phase seiner Karriere ist, wo er weiß, das Ding kann hier jeden Moment zu Ende sein mit einer Verletzung. Lass mich einfach nochmal genießen und gleichzeitig irgendwie diese Locker-Room-Liederrolle einnehmen. Was ich sehr, sehr cool finde. Du hast einen Owens, der auch einfach diese Sympathie und diesen Humor mitbringt, das gerade mit Orton sehr gut harmonisiert. Also wie gesagt, wenn man aus dieser Story zwei Verlierer rausnehmen möchte oder zwei Verlierer hat mit Owens und Orton vielleicht am Ende des Matches, kann man sie aber irgendwie immer noch als Gewinner darstellen, wenn man wirklich sie in diese Tag-Team-Division reinbringt. Und wenn du zwei Tag-Team-Gürtel mit zwei Tag-Teams hast, dann mach sie irgendwie zu den Tag-Team-Gewinnern bei SmackDown, würde ich sehr fühlen. Also ich glaube, dass das ein richtig geiles Tag-Team sein könnte und dass das schon die Teaser in letzter Zeit dafür waren. Logan Paul, für mich natürlich hier, du hast hier gefühlt, zwei Face-Leute gegen einen Heel und Logan Paul wird versuchen, mit aller Kraft irgendwelche Heel-Aktionen zu bringen, um das Ganze von einem 2 gegen 1 in eine 2 gegen 2, 3 gegen 2 Fede oder so zu bringen. Das heißt, er wird vielleicht Pretty Deadly mit reinnehmen, dadurch, dass Orton, Therian, Grace und Waller jetzt nicht mehr dabei sind. Und die haben natürlich im letzten Match bei SmackDown da ein bisschen ausgeholfen. Wir haben wieder den Schlagring, der von der Partie dabei sein wird. KSI wird sicherlich am Ring sein, gerade dadurch, dass Prime das erste Mal sein Sponsoring im Ring hat. Ich gehe davon aus, dass das hier auf jeden Fall was dabei sein wird. Aber dadurch, dass es so viele Optionen gibt, so viel Storytelling in letzter Zeit passiert ist, zeigt mir einfach, dass der Aufbau sehr genial war. Ich fand das Nick Eldest Ding sehr geil, wo Logan Paul gesagt hat, komm, gib mir irgendwas, ich brauche ein Mania-Match. Und auf einmal hat er zwei Gegner. Ey Leute, ich fand das sehr, sehr geil. Es ist vom Story-Aufbau jetzt nicht hochqualitativ, aber es ist sehr gut erzählt. Und ich finde, dass das Match von Potenzial her sehr viel birgt. Das ist kein Mania-Match, gab gar keinen Fall. Main-Event-Match meine ich nicht. Main-Event-Match, aber es ist auf jeden Fall ein Match, was am Ende einen, glaube ich, nochmal dazu verleitet, ein, zwei Mal mehr sich das nochmal anzugucken. Kommen wir zum ersten Kick-Off-Match. Und das ist das zwischen den Street Profits und Bobby Lashley, die Almighty Bobby Lashley, gegen AOP und Karrion Kross. Ich bin ehrlich, Final Testament gegen, haben die anderen Namen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ja, es ist schwer zu ertragen, bin ich ehrlich. Gefühlt jedes Mal, wenn die ihr Show hinkriegen, ist es so gestohlene Zeit, bis auf den Entrance von Scarlet, sind wir ehrlich. Da guckt man gerne doppelt hin. Aber in die Richtung ist mir das für ein Main-Event-Match leider zu wenig erzählt. Und dass die überhaupt auf der Mania-Card stehen, ist so ein bisschen schade für andere Leute, bin ich ganz ehrlich, aber ich habe ein bisschen Hoffnung gehabt in AOP und Karrion Kross, in dieses Final Testament-Ding. So richtig habe ich nicht dran geglaubt, aber ich habe mich nochmal dazu aufgerungen, zu sagen, komm, vielleicht wird es was, aber es wurde leider nichts. Und jetzt muss man akzeptieren, dass das halt so ein Müll ist. Und ich freue mich halt für Street Profits, dass die auf der Match-Card sind. Ich freue mich für Bobby Lashley, dass er für Mania-Card steht. Nicht Match-Card, also Mania-Match-Card meine ich natürlich. Und ja, letztes Jahr durfte er höchstens mal so kurz den Andrese-Giant-Ding da hochheben. Jetzt kriegt er sein Showing, aber es ist halt leider gegen einen Gegner, der irgendwie nicht so wirklich viel gibt. Schade, schade drum, aber so ist das Ganze leider. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu den Dingen, wo viele Leute sagen, hey, ich kann nicht verstehen, aber viele Leute sagen, ich kann es nicht verstehen. Und das ist Gunther gegen Sami Zayn, ist für mich vom Story-Aufbau einfach nur noch traurig. Wir haben so gute Matches bei Raw gesehen. Gunther hat, Gunther ist ein Five-Star-Match. Also, sagen wir mal anders. Wenn ich jemanden, wenn mein Leben daran hängen würde und ich müsste einen Wrestler auswählen, der für ein Fünf-Sterne-Match garantieren muss, dann würde ich nicht Sami Zayn, aber ich würde Gunther wählen. Ich würde Gunther wählen. Gunther ist für Matches gemacht, die in Erinnerung bleiben, die einen OMG-Moment hervorheben und die einfach dir das Gefühl geben, das war gerade geiles Wrestling. Und dann haben wir einen Story-Aufbau von einem Sami Zayn, der von Enttäuschung zu Enttäuschung rennt, sich selber nicht mehr erkennt, der dann sogar die Unterstützung von einem Gable, der ihm praktisch, also der eine ist, klaut dem anderen gefühlt bei dem Gauntlet-Match den Spot bei Mania und der steckt sogar so viel zurück oder ein, dass er sagt, komm, ich habe es zwar nicht geschafft und du hast mich besiegt, aber lass mir dir helfen, sodass wir halt Gunther besiegen können und sie haben diesen Telenovela-ähnlichen, dieses Video-Package bei Raw, wo du gefühlt hast, ey, da cringet gerade alles in mir zusammen, aber der baut den so krass auf, weil er letzte Woche gefühlt Clean gegen Bronson Reed verloren hat und dann ist es wieder nicht. Also wenn man drüber nachdenkt, dass das der Typ ist, der letztes Jahr mit Kevin Owens die Tag-Team-Gürtel-Mania-Night-One im Main-Event gewonnen hat gegen die Usos und dass der Typ derjenige ist, der das erste Mal aus diesem 1D rausgesprungen ist oder sich rauskämpfen konnte im Pin, dass der Typ jetzt gegen den Gunther kämpft, ist vom Gedanken her vernünftig, aber der Story-Aufbau ist so traurig rund um Sami Zayn, das muss eigentlich ein 3-4-Minuten-Squash-Match werden, wenn man sich anschaut, wie die beiden miteinander umgehen beziehungsweise selbst dieses Contract-Signing-Ding, wo du gedacht hast, da muss irgendwas passieren und dann steht dann Sami Zayn mit so gefühlt traurigen, leeren Augen und sagt, ich werde dich besiegen und ich innerlich als Zuschauer denke ich mir so, nee, wirst du nicht, du wirst einfach nur kaputt gemacht, so. Ja, boah. So, ich weiß nicht, was das Match noch am Samstag oder am Freitag irgendwie retten kann, damit das mir noch irgendwas gibt, aber für Gunther, für den Titel und so tut es mir einfach mordsmäßig leid und dass da eigentlich das Match gegen Brock Lesnar auf der Kart stehen sollte, das macht es eigentlich nur noch trauriger und deswegen, ich finde, es ist eine Riesenenttäuschung, es ist wirklich eine Riesenenttäuschung. Der Gegner, ich muss wirklich sagen, das ist der schlechtest aufgebaute Gegner auf dieser Matchcard von Mania 40 und das ist für Gunther leider eine super, also fast schon eine Beleidigung, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, kommen wir zum letzten Match. Hier, glaube ich, brauche ich nicht viel zu sehr erzählen. Ich würde gerne sagen, dass das ein Opener ist, ich will es aber auch nicht zu hoch anrechnen, weil Jay Cargill jetzt da drauf ist. Ich finde auch hier für Bianca ist es irgendwie ein bisschen enttäuschend, dass sie dann in so einem Match landet. Dadurch, dass aber jetzt Jay Cargill drin ist, hat das Ganze natürlich nochmal einen extra Charme. Jay Cargill wird das hier sehr interessant machen. Wenn das jetzt nur ein Tag Team zwischen Naomi und Bianca gewesen wäre, gegen die Kabuki Warriors um die Gürtel, dann wäre das sogar für mich gefühlt sogar eher Richtung Kick-Off-Show gegangen, auch wenn ich Bianca liebe. Das ist mir einfach zu wenig. Die Kabuki Warriors, aber auch Damage Control, leider, wie gesagt, im Showing jetzt nicht so genial. Io leider sehr, sehr schwach. Kabuki, also nicht schwach, aber zu wenig, auch wenn sie jetzt nicht von der Partie ist, aber sie gehört zu Damage Control. Kabuki Warriors, sie haben gegen Piper, Niven und Chelsea Green gefädelt. Also was soll ich euch dazu erzählen? Jetzt kam dann kurz vor Schluss gefühlt Bianca auf den Trichter, dass Damage Control ja immer noch so böse ist und dass sie dann ein bisschen, ja nicht Mitleid, aber zumindest Verständnis für Bayley zeigt, dass Naomi da natürlich ein bisschen helfen will und dann natürlich das große Star-Ding von Jade Cargill. Das macht das Match hier meiner Meinung nach eigentlich nur interessant und wird halt einfach ein Showing für Jade Cargill sein, dass sie da auf jeden Fall als große Gewinnerin rausgehen soll. Damage Control wird das Match hier verlieren und vielleicht macht man den Story-Aufbau zwischen Bianca und Jade Cargill damit halt fertig beziehungsweise den Startschuss gibt man hier vielleicht für. Aber wenn Jade Cargill nächstes Jahr gegen Rhea Ripley oder Bianca kämpft, dann bin ich da auf jeden Fall mehr gehypt als auf dieses Match. Es ist das erste Match von Jade Cargill. Das ist eigentlich der große Aufhänger dieses Matches und deswegen will ich es nicht zu sehr irgendwie hier hochziehen oder so. Für mich ist das die logische Konsequenz, wie man es hier aufbauen sollte oder wie man es machen sollte. Ich möchte dem aber jetzt nicht, also ich kann das nicht über Jimmy gegen Jade stellen oder Io gegen Bayley, Rhea gegen Becky. Das funktioniert bei mir nicht und das finde ich halt leider mit den Leuten, die da drin sind, sehr, sehr schade. Ich sage nicht, dass ich nicht auf das Match gehypt bin. Das ist auf gar keinen Fall. Ich bin sehr auf das Match gehypt, weil ich mir einfach auf die beiden freue, Bianca und Jade. Aber vom Matchaufbau und allem drum und dran ist es halt leider dann zu wenig. Und das ist so meine Mania 40 Matchcard, mein Ranking und ich glaube, dass man mit allem, nicht allem, zumindest vielen, selber einstimmen könnte. Falls ihr sagt, nee, da ist was drin, das mich sehr ärgert oder ich möchte einfach mein eigenes Ranking machen, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne WrestleMania-Zeit. Hoffentlich kriegen wir was richtig Geiles serviert und eigentlich bin ich davon sehr überzeugt. Wir werden natürlich mit einigen Vlogs aus Amerika wiederkommen, mit einigen Eindrücken und da freue ich mich sehr drauf. Bis dahin, macht es erstmal gut, haut rein und ciao. BeContin undordum BeContin Untertitelung des ZDF, 2020